Heute spielen wir wieder mal PTRD. Einfach nur, weil ich auch mal lächerlich sein will. Ach, ist das schön. So, wir spielen heute nur mit Fahrzeug mehr Schaden, 50% mehr Schaden. Und Heavisat Gold und wir rennen erstmal schon mal ins Gebäude rein, weil wieder die hässliche Lightning kommt. Bye bye, my darling, oh ja. Whatever you're doing here. Da, 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 leck mich Arsch. Der nächste bitte? Lightning, Lightning anlegen, 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 anlegen. Du, 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 du. Black Hawk Down, Black Hawk Down. 50% mehr Schaden an ungepanzerten Fahrzeugen. Das ist ja lächerlich. Ah, der war der Baum im Weg. Der hat aber Schweinen gehabt, mein Süßer. Willst du noch mal? Hast du noch mal Lust? Krieg ich den? Auf Weimfläche? Muss ich noch was sagen? Ist die Waffe nicht OP? Nein, ist ganz toll. Weck mich! Du, verdammt, damm, 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 damm. Wir gehen schon mal ran. Da haben wir noch den Revolver in der Hand. Bäm, Junge. Ich bin wieder heiß wie Krokettenfett. Was habe ich gesagt? Könnt ihr mal gucken gehen, ich hab nur ein Revolver. Ich müsste mal nach vorne gehen. Nee, noch ne Arsch geschossen. Bäm, Junge. Oh, shit. Scheiße, die Waffe muss auch nachladen. Das ist jetzt ungünstig. Naja, ich hab irgendwann nichts mehr. Pass auf, wie sie jetzt alle hingeiern und die PTRD aufheben wollen. Ja, es tut mir einfach echt immer leid. Ich würde hier 100 Leute abknallen, wenn ich dazu kommen würde. Aber wir gewinnen das Spiel einfach so schnell, weil der Gegner einfach nicht einsehen will, dass er angreifen muss, ne? Ich zieh mich jetzt auch hinterm Fluss zurück, in der Hoffnung, es kommt jemand. Ne, ich werd hier auf dem Rückzug bombardiert. Auf dem Rückzug. So, ich versuch jetzt hier mal Stellung zu beziehen. Da werden Tellerminen von uns gelegt. Blimp. Blimp. Leute, noch ein Scope auf der Waffe und ich bin Scharfschütze mit dem Ding. Ich denke, du hast mich nicht gesehen. So, die pure Lächerlichkeit knallt ich jetzt von hinten ab. Schön im toten Winkel. Dreischuss ist so witzlos, ganz ehrlich. Das ist jetzt aber nicht so gut. Fährt er ein Kübelwagen? Nein. Hast du mich gesehen? Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Blimp, das war der erste. Blimp, der zweite, obwohl vom Schrägwinkel getroffen. Jetzt müssten wir uns mal leicht zurückbewegen. Sonst, äh... I have a little bit problems. Natürlich. 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 Und jetzt stehe ich hier gefangen. Lenk ihn mal ab. Oh, viel zu spät. Dreh mir nicht den Rücken zu, mein Freund So, erstmal rüber auf die Büsche Ich sehe den Panzer so schlecht Ich sehe den Panzer immer noch schlecht Ich glaube, ich ist hier drin, ne? Oh, hier sitzen wir doch schön Wo sind denn die Sniper? Ich habe hier doch gerade ein Gewehr Sniper, Sniper, schieß einmal Sniperchen Unsere Kumpels haben hier die Messer schon mit zum Nacken Jetzt will man hier mal so einen vollbesetzten Kübelwagen kriegen Den kriegt man nicht Ich habe einen Schießen hören Ich weiß, dass einer da ist Komm schon, hier muss noch mal ein Kübelwagen langfahren Dann gehen wir halt hinten hin und knallen den Panzer ab Mein Gott Wenn es wieder anders nicht geht Ich brauche keinen schneller Nahland, du kannst direkt ausscheiden Der haut ab Wer keine Gefahr ist, wird nicht erschossen Läufe, wo ging der denn hin? Du willst mich hier schossen, nie, wa? So, abwarten, Servicet Gold wirkt Weil wir rechnen mit Scharfschützenbeschuss Und dann holen wir uns Munition Und dann holen wir uns mal das O zurück Sonst wird das, glaube ich, wieder nix Einmal Dance auf der Munitionsbox Ein heikler Moment Liebe, 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 liebelei Ich drehe mich auch dabei So, wir sind fertig Noch im Messer, auch ein Schmied Jetzt macht Blink, jetzt macht kaputt Da komm, die Geier echt nur nicht mehr vier Leute haben Ja, ganz ehrlich Die hat die Hälfte mindestens abgezogen bekommen Also ich weiß nicht, wie viel Schaden das Ding macht Aber die Hälfte Daneben Das ist jetzt bloß einer Das ist Nicht das Potenzial, was ich haben wollte Hier sieht es dann auf der anderen Leine aus Akzeptabel Sonst wäre auch eine Fahrschein Vielleicht noch mal einer Kein Kübiwagiwagi? Oh Leute, du kommst schon Ja! Es geht doch! Hey, wo ist eine andere in? Nimm doch hier mal den Punkt ein Na, kommt ihr Feind? Nein Ja, mein, so ein stehenden Kübiwagi ist ja nicht die Kunst abzuschließen Darum geht's ja Ich will einfach nochmal die lächerlichkeit präsentieren Den hätten wir jetzt aber auch noch treffen können Ja, komm Komm, trau dich Los, komm Bams Komm, trau dich Komm Komm, ich bin die pure Lächerlichkeit Komm, trau dich rein Komm, trau dich Oh, jetzt könnte einer von der Seite reingekommen sein Das ist nicht so cool Ja, den hab ich Hihihihi Du hast mich nicht gesehen Hast du First Aid? Nee, ne? Schade Die pure Lächerlichkeit In ihrer ganzen Perfektion Kunst kommt von Können Und nicht von Gunst Nein Du kleines, mieses, gelecktes Würstchen Komm runter und ich rasiere dir den Arsch Ja, das ist auch Jetzt spürt einen Kontakt Duf Und irgendwelche ein schuss scharfschütze ich habe zeit und du wir sind zwei die ecke rum junger mann das junge irgendwann treffe ich schon er guckt immer so böse ja richtig ich habe nicht den panzer getroffen sondern den fahrer ach komm mit einer schulen granate und den muss ich jetzt haben und wir wir haben hier